Wir kommen zum Fachbereich Neurologen. Beide Neurologen kämpfen die Finalisten Böhringer Ingelheim, Novartis und Biogen-Eidec um den begehrten Preis. Und hier ist das Ergebnis. Auf Rang 3 mit 4,5 Prozent Böhringer Ingelheim. Platz 2. 2012 hat dieses Unternehmen hier die goldene Tablette gewonnen. Jetzt quasi nur den zweiten Platz mit 10,2 Prozent, Novartis Pharma. Und der erstplatzierte ist die Ismaninger Biogen-Eidec mit 12,5 Prozent. Herzlichen Glückwunsch. Und auf die Bühne bitte ich Dr. Andrea Hofmeyer, Senior Director MS Franchise Germany. Herzlich willkommen. Guten Abend. Vor zwei Jahren waren Sie hier Finalistin, jetzt Siegerin. Das muss doch große Freude auslösen. Das löst große Freude aus. Wir sind zwar noch nicht mit zwölf Preisen versehen, wir arbeiten dran. Aber der erste Home Run ist sozusagen gelungen und das ganze Unternehmen freut sich sehr darüber. Wir sind ja hier in der Nähe von München angesiedelt. Ein Heimspiel. Ich habe ein großes Team mitgebracht. Auch wir haben viele Frauen. Auch ein Thema der Nachhaltigkeit. Und unser nicht ganz Quotenmann, wir haben noch ein paar mehr zu Hause, ist auch dabei. Woran liegt es, dass Sie die Konkurrenz hinter sich gelassen haben? Auch das ist ein Thema von Forschung. Forschung ist wirklich unser Auftrag. Bartsch und Eidec ist kein sehr altes Unternehmen. Wir haben zwei Nobelpreisträger in unseren Regen. Darauf sind wir sehr stolz. Forschung ist unser Auftrag. Innovation ist unsere Leidenschaft und unsere Vision. Wir können einfach mit Gespür wirksame Präparate in so schweren Erkrankungen wie der MS herstellen und entwickeln. Und darauf sind wir sehr stolz, denn MS-Patienten und insbesondere Patienten mit schwerwiegenden Erkrankungen brauchen weitere Unterstützung, um ein möglichst normales Leben führen zu können. Und die Fachärzte loben den besonderen Patientenservice. Welche Rolle spielt der Patientenservice bei Ihnen? Patienten brauchen Begleitung. Sie müssen im Endeffekt auf Therapien geschult werden, sei es Injektionen. Sie müssen im Therapiemanagement begleitet werden und das macht unser Nurse-Dienst. Auch die Dame ist dabei, sitzt hier mit der schwarzen Brille. Wir sind sehr innovativ, was die Begleitung von Patienten immer im legalen Umfeld letztendlich betrifft. Und unsere Patienten und die Ärzte freuen sich darüber, so engmaschig begleitet zu werden und Hilfestellung zu bekommen. Vielen herzlichen Dank und hier ist Ihr Preis. Bitteschön.